Hallo liebe Spielefreunde und liebe Spieleverrückte, hier ist euer Gregor und heute spielen wir wieder eine Runde Oldies und zwar, lasst euch überraschen, wahrscheinlich habt ihr schon ein bisschen gespoilert und es oben in der Videobeschreibung gelesen, wir spielen Yoshi's Island, wieso kann ich hin, ja ich muss starten. Dieses Spiel habe ich noch nicht gespielt, aber mir hat eine Person gesagt, das soll ein ganz nettes Spiel sein, deshalb schauen wir mal heute hinein und ich sollte mal hier das Mikrofon näher holen, damit ihr mich auch besser versteht, ich rede so von 200 Kilometern Entfernung, jedenfalls hat mir das eine Person ans Herz gelegt, dieses Spiel zu spielen und dann bin ich gespannt, wie das Spiel sein wird. Dafür habt ihr auch Bock wieder auf ein cooles Oldies Spiel mit meiner Wenigkeit. Da hat der Storch wohl die Babys fallen lassen. Die Melodie ist schon auf jeden Fall süß. Jöschis Island. 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 Jösch Island. Ja, Yoshis Rücken ist ziemlich weich. Noch etwas ist vom Himmel gefallen. Was ist denn? Eine Karte. Und seine Kumpels, okay. Und seine Karte. 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 Da bin ich auch gespannt, ob wir das Baby zu den Eltern zurückbringen können. 1995, Nintendos, Super Mario World 2, Yoshis Island, drücken wir mal Start. Man kann sogar kooperativ spielen, okay. Neues Spiel. Die ganze Yoshi-Familie lebt auf Yoshis Island. Und seine Karte. Und seine Karte. Und seine Karte. Und seine Karte. Ja, da bin ich mal gespannt auf das Amteur. Ja. Ja, da freuen sie sich alle. Tschüss. Bis bald. Dann wollen wir mal los hier. Ja, jetzt geht's los. Okay. Zehn. Mhm. Okay. 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 also wenn wir getroffen werden verlieren wir schon mal das baby dann läuft die zeit irgendwie runter sammeln wir alles schön ein also wie gesagt ich habe dieses spiel hier noch nie gespielt sein kopf ist nichts Das ist doch schon das erste hinterher, jetzt willst du mich verarschen. Was soll ich denn damit machen? Okay, das muss man auch erst herausfinden, ne? Schokohügel. Okay, das ist mit dem Eil. Wow, nein, nein, nein. Ja, ist ja gut, diese Tipps. Betreiben sie. Komm zu! Ich weine, Baby. Ja, scheiße, eine ordentliche Eierlose. Okay, bei 5 Blumen bekommen wir einen Bonus. Was ist das? Oh, jetzt haben wir die Triple. Oh, jetzt gibt es viele. Was mich wundert ist, dass ich keine Dings sehe, keine Münzenanzeige oder sowas. Boah, du blöde Pflanze. Ja, ja. Was ist das? Fire! Okay, jetzt sind wir unten angelangt. So, dann gibt es bestimmt wieder was. Was ist das? Kann ich das irgendwie... Ah, jetzt komme ich da nicht hin, ne? Oh, was wird... Nein, 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 nein. Okay. Dass man dann so benommen ist, ist auch voll schlimm. Kann ich da einfach plattern? Hör auf, geht's nach oben. Ist komisch gezeichnet, das Spiel, ne? So Zeichenstil hat er in so einem Fall. Dann gib Ruhe, ne? Na, kommt noch einer an. Boah, ist das ein Piss, Melke. Komm hier! Guck mal, das ist ein kleiner Scheißer. Wollen wir wieder? Und du Ratten. Aber wie viele kommen denn da raus? Was ist das? Eine Bohne! Da ist auch wieder was. Nein. Das ist cool, dass der so ein bisschen schweben kann. Abonnieren! Einfach. Und da ist auch ein kleiner Scheißer. die melodie gefällt mir auf jeden fall ein anderer joshin ist ja mal interessant dass die sich so quasi abwechseln die melodie auch geil das erste haben wir abgeschlossen dann gehen wir direkt mal ins zweite hinein was passiert hier die ratze da unten das ist eine Art Checkpoint das ist nur ein Stern ähm was druck y das ist nur also das ganze finde ich schon richtig cool gemacht irgendwie mir gefällt es auf jeden Fall ich muss aber einen Kopfhörer raus nehmen aufs Neur weil das ist ja so komisch oder irgendwie genau den aktuellen Punkt die quatschen einmal ein bisschen zu viel zu finde ich ey okay dann kann ich meinen Punktbestand sehen okay dann kann ich meinen Punktbestand sehen oder was ist los? na es will nicht mitkommen ok, dann gucken wir mal weiter was ist das? oh, das ist eine Zeitbegrenzung ok jetzt können wir kurz die Punkte sammeln ne ah, da ist ein Blut aber der steil ist nicht, aber der extrem steif ist der wow ok, gehen wir mal weiter oh, welche Geister da sind das da oben also wenn ich das Spiel hätte als Kind, ey, ich wär voll begeistert, ey okay, das geht schon mal weiter du bist w kommst du? wie du willst, w kommst du? die 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 das geht Hm, besmaßt ihr Fudge. Ahem! Ich hab's hier. sie ist pausieren wenn ich dann aus diesem dunkle also aus diesem tunnel komme das finde ich bisschen nervig keine dinger mehr scheiße wo kommt es wieder an gerauscht und das nächste level stand ja also bislang gefällt mir ziemlich cool also ziemlich gut ziemlich cool gefällt mir also ich persönlich bin ja so ein jump and spieler und ja mir gefällt es wieder die geile musik hoffentlich kommen eine andere mode die hier karten schnipps er wird schon laufen okay ein blieben knopf welche karte welche karte nehmen eine mene miste es rappelt in der kiste eine mene muh und raus bist du raus bist du noch lange nicht sagt mir erst wie alt du bist wer altes baby mario ein jahr 1 verdammt ach so jetzt verstehe ich man darf so lange werfen bis man diesen panel gleich kommt der erste boss boss flight dann in der gm was ist das für ein wow diana jones ist ein Konntest du den noch angerauen? Und wieder Tipps. Okay, ich kann stampfen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wow. Boah. Okay, kann ich bestimmt... Feuer. Ach, drauf geschissen, Alter. Auf die zwei Münzen, Alter. Was ist das denn wieder für ein Tipp? Nein, will ich nicht. Das passt schon. Bauen wir uns mal den Checkpoint. Da unten war... Boah. Da unten war ein Turn. Also da kommen wir nicht rein, brauchen wir einen Schlüssel oder sowas. Boah. Durata, da bist du flestig. Wir haben leider keine Eier mehr. Boah, was? Was ist denn da getrunken, Alter? Ey, dieser scheiß Pusteblumen oder was das ist. Was ist das? Kommt da noch welche rein? Boah. Kommt da Sachen noch einmal raus. Oh, sogar mit Taschenlampe. Die gibt's ja gar nicht. Da muss doch was sein. Irgendwie komme ich jetzt hier wieder raus. Ich hoffe nicht, ich komme hier wieder raus. Da war gar nichts. Ach, das sind so Samen, die runterfallen. Und wenn sie landen, kommen da so kleine Monstern raus. Ah, scheiße. Kommt. Das schaffen wir doch. Okay, ich darf nicht. Ah, scheiße. Schade, dass ich da nicht hochkomme. Ich bin ja nicht hier, um alles zu sammeln. Ich will eigentlich nur Spielspaß haben. Wow. Lass mich raus. Wow. Wow. Oh, warte ab. Oh. Dann level up. Die Sau. Baby ist ja gut. Aber diese Pflanze, die genau. Okay, ich muss ja jetzt schon mal die hier schnell. Komm, noch einer raus. Komm. Da komm. Und schon das nächste level. Jetzt kommt wahrscheinlich Boss. Bosskampf. Fight. Bonusspiele. Yay. Ich liebe Bonusspiele. 33 Punkte. 33. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, wie das schon funktioniert. Hast du schon von erklärt? Okay. Den nehmen wir mal. Bam. 10 Points. Den nehmen wir mal. Bam. Error. Fehl. Verdammt. Wie im richtigen Leben, Alter. Das Spiel bereitet eine richtig vor auf das wahre Leben, wenn man ein Kind ist. Die wird nichts geschenkt. Was ist das für ein Mal? Das ist bestimmt was drin in der Leimann. Aha, jetzt verstehe. Wow! Wie geil ist das denn, dass sie das ankurbeln, ne? Haben wir gleich. Wow! Scheiße! Ey, ich hab nur, weil ich die Maus geketzen hab. Ey! Mein Baby! Baby! Wow! Niemand nimmt mir mein Baby weg. Das ist mein Baby. Warte, da wird vier Zickel unten, ne? Fire! Wow! Headshot! Wie komm ich da unten an? Ja, ja, ja. Lass die Zunge stecken in die Männer. Ah, da ab. Fire! Fire. Hier gibt's genug Eier. Fire! Hier gibt's genug Eier! Weiß nicht, wie viele ich aufhänge. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht runter, oder? Wow! Wow! Fire Teiler hasse ich, ja. Wow! 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 wo ist das ein monster wow das kriegen wir hin joshi ok jetzt muss ich das richtig kippen ja sehr schön geil das macht voll fahren habe ich den schlüssel ich habe ihn schnitt für den schlüssel seit jeden fall kollegas erwartet da bin ich abkühlt kühl ab wie juckt er sich ahhh feuer geh weg nein baby 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 Ihr seid hässliche Scheiß-Kackteile. Kühl ab. Juckt nicht, das juckt die Schweine nicht. Ich dachte, wenn die abkühlen, vielleicht kann man die dann one-hitten. Money! Wow, also. Bei Punkten. Ey, die will ich alle haben. Kann man da oben vielleicht hin? Ja, genau, jetzt müsst ihr da oben sein, du dreckiges Schweine. Ja, dann bleib da oben, Alter. Ich wollte es ja. Biddy! Nicht wein. Mama Yoshi ist ja schon... Ah! Ich sage für mein Geschrei, aber mein Baby, wenn es um mein Baby geht, dann muss ich mich schützen. Boah, was ist das denn? Nein, Yoshi ist tot! Verdammt. Das ist eine Kacke. Ja. Haben wir ein Leben verloren, verflucht. Das Monster hat mich so erschreckt, ey. Sofort vor... Oh! Sofort vor durcheinander gekommen bin. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht nach vorne, sondern rein da. Ne. Hopp, 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 hopp. Eier, wir brauchen Eier. Boah, da ist es wieder, das Monster. Oh nein, die Pflanze. Ich muss die wieder. Lass die Pflanzen nicht gespeichert haben. Das ist ja böse. Ey, das ist aber auch brutal. Mein Fan fällt ins Lager und ist tot. Oh. Level-Level-Level. Jetzt falle ich aber nicht hier runter und lass mich von den Viechen beißen, ey. Ich hab's vergessen, ey. Boah. Nein! Herrgott im Himmel! Ah! Ey, was ist das für ein Scheiß? Das ist ja voll die Stelle aus der Hölle, ey, Mann. Ey, dreimal der Stern, das gibt's doch nicht. Was ist ein Schrott, ey. Ich stell mich auch grad wie der letzte Mensch hier auf Ehren. Der erste Mensch. Komm schon! Oh! So, nicht noch mal jetzt hier. So. Hau ab, du Monster. Was bin ich auch so minzgeil, ey? Gibt's da noch mal die Münzen im grieferlichen Leben? Ja, da ist die Münze. Nein! Kann ich das Leben wieder aufhören, ein bisschen? Keine zwei Leben? Oh, du bist auch ne Ratte hier vorne. Jetzt bloß nicht erwischen, das ist wohl ne Riesen, ey. Ah! Da sieht man nur seine Augen braun, ey. Unterwassergumme. Ah! Da war echt feier. Das ist bestimmt der Schlüssel, wir hatten, ne? Hab ich doch gesagt, dass du zu Schlüssel bist. Augenbraue, ey, hau ab! Das ist der Harry, Alter, jetzt seh ich's. Der hat auch so Augenbrauen, ey. Da war nix, ey. Jetzt hab ich nie sterben. Hääääh! Baby! Nein, komm zurück! Komm runter! Warte, ich rein? Okay. Okay, fire! 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 Und das krieg ich jetzt, okay? Wuhu! Nein! Ey, das gibt's doch nicht, wenn ich den... Und das... Ja, schon! Das ist doch aus der Hölle! Ja, ich kann schon wieder blasen, in der Daumen. Fire! ist das münzen und jetzt kommt boss die tür sieht nach bord aus das ist bestimmt fein Oh Ich hab's consoles achtet mehr. Ich hab's schon 2-0 fast das im Alltag. Hinsichtlich ist das so. Ich hab' war's, was er sagt. Ich hab' es sein, was ich hab' erlebt. Ich hab' es mir gesehen. Ich hab' es dir gehört. Ich hab' es mir gesehen, wie du mein Baby. Ich hab' es mir gesehen, wie du es dir gesagt hast. Langsam muss er da kaputt gehen. Oh, das ist ja nackig. Oh, bist du da heute? Schüchter, Alter, ich süß. Jetzt kommt wieder meine Lieblingsmusik wahrscheinlich hin. Lalalalalalalala. Also der erste Boss war lustig, aber auch nicht berauschend schwer. Aber es ist ja ein Kinderspiel, verständlich. Bis zum nächsten Board machen wir noch einen... ...mach mir auch den ersten Part oder vielleicht auch... Ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel weiterzocken werde, aber es soll da erstmal so eine Art angezockt sein. Wow. Nanananananana. 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 WAAH! Da hat mich die Musik wieder so überwältigt, dass ich nicht aufgepasst habe. Aber die ist doch auch einfach geil. Lalalalalala. Lalalalalala. Du 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 Tu-l-lu-d-uro-du-du Du-t-tu-du-du-du-du Was muss ich hier tun? Ach! Er öffne ich, dass ich das weitermachen muss. Ahhh! adoo Lappe! Oh! gib mir die münze du die münze du Hund gehst in den roundhouse schlug was ist das für eine melodie ach die musik voll heimlich runtergezogen hat mich das was habt ihr das gesehen wauw baby 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 Aber! Ich habe dort den Schiff. Oh nein! Komm schon, diri! du bist schon der dauernd aber die musik ist jetzt sehe ich gar nichts an ich habe kein Ding was bist du für ein Elvis gewesen mit Locken komm schon mal mal Ban-Ban-Pan, prima-pap-rabaa, pa-pap-bons, pa-papenn choke pulimos den komun单 sehr wenig Ob서 rack ins restraint 관리를 mit verlangen macht es einen exporten zu der Nоме zum Augen es reicht 집 Beschincome Well, Ende auf jeden fall geiles level geile musik alter hammer ein brauner joshis man ich nehme das zu bekommen also mich hat das spiel total gepackt gerade ich werde es wahrscheinlich auch durch zu dann muss ich jetzt noch auf sein kommt dann lass dich fressen kann ich daran dass wir meinen magen manchmal irgendwas habe ich jetzt nicht verstanden was habe ich nicht verstanden aber ich denke mal die farben hat das was zu tun wahrscheinlich kann ich dann noch mal jetzt gibt es keine eier wir brauchen keine ahnung ähm wo muss ich jetzt lang ja da ist es schwul weil ich den sofort in gold gebe nein Das ist das... Du springst auf deinen Kopf und dann gibst du ihm sofort den nächsten Gong. Ich will den als Ei haben. Ich will ihn ausscheißen, ne? Und auf geht's nach oben ans Tageslicht mit einem schönen Schmetterling am Start. Ratte! Wo bin ich? Baby! Boah! Die raten da, ey! Boah! Okay, ich muss hier oben dann hier... Kann ich auf die Blüte? Was ist denn diese Blüte? Nichts. Hm, wie komme ich denn da runter? Kann ich vielleicht runterfahren? Nein. Wie kommt man da runter? Ich muss da verarschen. Kann blassen, wenn ich da runterkomme, ne? Was ist denn der Fall? Ja. Ich muss das mal runterkomme. Maulwurf, okay. What? Was ist denn für ein Osch hier? Hey! Maulwurf, was macht das? Ey. Dieser Maulwurf gefällt mir gar nicht. Hey, raus hier. Nein. Wie komme ich denn dahin? Komm hier runter! Ey, was will das Spiel von mir? Oh, was bringt das? Ey, Mann, Gott! Ey, dir ist immer neu, komm! Mal abzufacken, ey. Oh, gut zu wissen, dass man die Dinger noch einstopfen kann. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Das ist echt tricky jetzt hier. Oh, Gott, Gott, Gott. Nein! Scheißen! Ey, das ist doch aus der Hölle, Mann. Ey, das ist doch zu schwer hier. Ja, 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 ja. Komm jetzt noch. Ja, ja. Was war das denn für den... Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah! Ja! Oh, wenn ich denn hier lande... Ah! Das weiß ich aber wenigstens, es funktioniert nicht. Bäm! Im kleinen Huren-Sinne! Die gehen mir so auf den Sack, ey! Halt die Backen, ey! Die gehen mir denn... Scheiß! Nein! Baby! Wunder! Aus der Hölle, hier, ey! Also, ist schon anspruchsvoll. Es ist nicht so easy, wie das manchmal aussieht, also... Krieg's einmal ab, dann lannst du wieder zurück am Checkpoint. Und die gehen mir am meisten auf den Sack mit diesen Scheiß-Füßen, ey! Okay. Das wirkt schon wieder meine Nase. Ich weiß vielleicht, wie es geht. Ich hab mal ne Idee. Wir sind nicht gleich so. Ich kann da nicht runter. Ja, genau, Flayermaus! Woher kommst du denn, ey? Aber diese... Flayermaus aus der Hölle. Ein roter Yoshi zum roten Mario, passend. So. Wir nehmen schon fast eine Stunde auf. Aber ich denke mal, bis zum nächsten Boss machen wir auf jeden Fall noch. Oh! Beep, boo. Oh, was ist das denn für ein Ball? Okay, nicht irgendwo, ja. Wie komme ich da jetzt? Scheiße. Scheiße. Ah, Stachelhainieser. Ich weiß nicht, woher der Begriff kommt. Dass der noch lebt? Was ist der Höhle, der Typ? Ressen kann man sie nicht. Ah, Scheißen. Ah, was ist denn das für hässliche Teile? Ah, Pflänze! Lass mich los! Boah, ich bin stoned. Yoshi ist stoned! Boah, die machen mich heil. Boah! Boah! Die machen Yoshi stoned, die Dinge. Ah, ich bin stoned. Du kannst es nicht mehr! Lass mich los! Die machen mich stoned! What? What the fuck? Yoshi stoned, der Laga. Kürt die Augen! WTF?! Baby! Baby, ich kann... BABY! NO! Das war knapp, ich weiß, mein Baby... WTF?! BABY! 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 O'n schönes, du designtes Level, also hat mir sehr gefallen... ist und das mit dem stone war auf jeden fall sehr lustige spiel ja musikantenknochen getroffen strom schlag von weizen ach komm direkt zonk oder was nein jetzt kommt ein boss nicht der schwerste boss und das level ist nicht dieses dreh geding ich versuche einfach hier durchzulassen ich will da hoch schießen ja genau wie komme ich da kein schönes Ich geb dir das... Warte, hör auf zu spucken. Ey, ist das ein Schwein, Alter? Ey, hör auf zu ratzen. 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 Hey, hör auf zu ratzen. Ey, hör auf zu ratzen. Das ist so wichtig. Ich meine, Vicky-Vixen. Ja, das ist so wichtig. Jedenfalls haben wir eine gute Stunde gezockt, und Yoshi's, wie hieß das, Yoshi's, East Island, ne, Island, ähm, ja, ähm, machen wir mal kurz hier Pause, und ja, was kann ich dazu sagen, es macht auf jeden Fall tierischen Spaß, also mir macht es auf jeden Fall tierischen Spaß, und ist mal was anderes wieder, ähm, ist zwar nicht das neueste Spiel, aber, ey, es macht auf jeden Fall Bock, okay, es müssen ja nicht mal die High-End, Super-Next-Gen-Titel sein, die Spaß machen, aber das auf jeden Fall macht auf jeden Fall tierische Laune, also ich werde es auf jeden Fall weiterzocken, falls ihr das sehen wollt, wie ich es weiterspiele, schreibt es mir unten in die Kommentare, dass ich da draußen Let's Play machen soll, oder sowas, oder, falls ihr irgend so einen geilen Tipp für mich habt, dann auch unter die Kommentare schreiben, und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, ansonsten abonnieren nicht vergessen, und ich bedanke mich fürs Zusehen, auf jeden Fall ein cooles Spiel, und, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Spiel, ich werde auf jeden Fall weiterzocken, und ich habe meinen Spaß daran, in dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß daran, in dem Sinne, wünsche euch alles Gute, und bis zum nächsten Video, wünscht euch alles Gute, euer Gregor, also haut rein, und auf Wiederschauen, in dem Sinne, tschüss.